Das hier ist der Volkswagen ID.7 Tourer, aber nicht irgendeiner. Es steht hier unten schon, es ist der GTX. GTX steht bei Volkswagen ID. Modellen für die höchste Power-Ausbaustufe und die darf ich euch heute vorstellen, nämlich den VW ID.7 Tourer GTX. Der hat nicht nur am meisten Power, sondern bietet auch als erstes Modell auf dem Kombi Allradantrieb. Wir werden einen Blick natürlich auf das Fahrzeug werfen, aber vergessen nicht das Wettbewerbsumfeld, denn da gibt es durchaus einen interessanten Wettbewerber. Welcher das ist, das könnt ihr jetzt aktuell schon mal überlegen. Schreibt es mir unten in die Kommentare und dann lasst uns jetzt einen Blick auf den VW ID.7 Tourer als powervolle, als kraftvolle GTX-Version werfen. Viel Spaß! Wettbewerbsumfeld 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 In Kings Red lackiert steht hier unser Präsentationsfahrzeug des Volkswagen ID.7 GTX Tourer vor der Kamera. Eine Farbe, die ihm unheimlich gut steht und auch dieses Kings Red ist natürlich auch so die Kommunikationsfarbe der GTX Modelle. Harmoniert natürlich auch sehr schön mit den schwarzen Anbauteilen, die speziell sind für die GTX Modelle. Und da kommen wir auch gleich erst einmal zum Design des ID.7 GTX Tourer und da sehen wir einen komplett neuen Stoßfänger gegenüber dem normalen ID.7 Pro oder Pro S. Wir haben jetzt eine eigenständige Tagfahrlicht Signatur, die so ein bisschen einen Pfeil symbolisiert. Auch das ein Erkennungsmerkmal der GTX Modelle. Zudem diese hochglanzschwarzen Elemente, die überall eingelassen sind und auch hier die Wabenstruktur für einen Lufteinlass. Zudem alle ID.7 GTX Modelle kommen stets serienmäßig mit dem IQ Light genannten Matrix LED Licht, das so eben die Form eines menschlichen Auges bisschen nachsimuliert und so ein bisschen auch diesen Blick dahingehend vermenschlichen soll des Fahrzeugs. Und zudem kommen alle Fahrzeuge mit dem IQ Light nun mit beleuchtetem Markenlogo an Front und an Heck daher. An der Seitenlinie sehen wir dann die gestreckte Silhouette des Kombis, des Tourers. Er ist im Gegensatz zur Limousine genau identisch lang. 4,96 Meter. Auch der Radstand mit knapp drei Metern ist identisch geblieben. Der Seitenschweller hier ist auch hochglanzschwarz lackiert, steht auch in schwarz das Dach lackiert. Wir haben hier auch eine Dachreling montiert. Die Dachlast liegt beim Kombi bei 75 Kilogramm. Besonderheit beim ID.7 Tourer ist natürlich der Antrieb. Wir haben jetzt nicht nur eine APP 55 genannte E-Maschine an der Heckinterachse. Das ist auch der primäre Antrieb. Das ist eine permanent erregte Synchronmaschine. Und zusätzlich haben wir an der Vorderachse nun einen Asynchronmotor, der sozusagen immer mitgeschleppt wird. Der kann abgekoppelt werden. Und erst wenn dann tatsächlich Leistung abgerufen wird oder aber eben beim Anfahren ein gewisser Traktionsverlust entsteht, dann kommt die Asynchronmaschine an der Vorderachse zum Tragen und treibt diese an, leitet Kraft an diese weiter. Und somit haben wir dann den sogenannten 4-Motion-Antrieb, aber ohne hier eben mit Haldex-Kupplung oder Ähnlichem zu arbeiten. Das Ganze wird lediglich über die E-Maschinen gesteuert. Am Heck sehen wir dann hier zusätzlich das LED-Lichtband durchgängig mit einer Lichtsignatur, die man einstellen kann in drei verschiedenen Varianten, damit man da so ein bisschen eine Individualisierung betreibt. Zusätzlich sehen wir hier auch das beleuchtete Markenlogo. Am Heck muss es natürlich rot sein. Ist ja ganz wichtig. Auch hier wieder die hochglanzschwarzen Elemente. Wir haben hier wieder den angedeuteten Heckdiffusor mit dieser warmen Struktur, ebenfalls hochglanzschwarz. Und dann haben wir noch natürlich den GTX-Schriftzug, ebenfalls in hochglanzschwarz. Die Leistungsdaten habe ich euch jetzt natürlich noch etwas verschwiegen, aber zu denen sollten wir jetzt auch erst einmal kommen, nämlich auch wenn wir gleich zum Thema Laden kommen. Die Leistung der APP-55 genannten Elektromaschine an der Hinterachse beträgt unverändert 210 kW und 545 Newtonmeter. Die Asynchronmaschine vorne leistet noch zusätzlich 109 PS. Wir haben eine insgesamte Systemleistung von 240 kW, die der ID.7 GTX hier bereitstellen kann. Schauen wir erst einmal in den Kofferraum hinein. Die Kofferraumklappe öffnet hier elektrisch und gibt dann einen fast schon ebenen Laderaumboden preis. Wir haben eine etwas breite Ladekante hier, die auch leider ungeschützt ist. Also da würde ich jedem Käufer empfehlen, erstmal eine Schutzfolie aufzukleben. Dann haben wir hier einen doppelten Laderaumboden und wir sehen hier sehr schön auch unterhalb des doppelten Laderaumbodens. Da passt nämlich auch das Laderaum-Rollo hinein. Es gibt nicht nur ein Laderaum-Rollo, sondern auch ein Netz-Trennwand, die man installieren kann hinter den Vordersitzen zur Sicherheit. Und die ist auch ab Werk serienmäßig. Wer wir sehen, 545 Liter ist die Speckraumkapazität. Wenn die Sitze in der Normalstellung untergebracht sind, die sehen wir links. Und 609 Liter sind das eben in der sogenannten Cargo-Position. Die sehen wir auf der rechten Seite. Da stehen die Rückenlehnen etwas steiler. Wenn wir mehr Laderaum benötigen, dann können wir über die Feder vorgespannten Rücksitzlehnen tatsächlich, die können wir umlegen. Dann gibt es eine maximale Laderaum-Kapazität von 1714 Liter und eine maximale Laderaum-Länge von 1,98 Meter. Da könnt ihr dann zum Beispiel die Hausleiter oder Ähnliches mit transportieren. Wenn das aber dann nicht ausreicht, dann gibt es natürlich noch eine Anhängerkupplung. Die fährt elektrisch aus und kann dann hier auch mit dem Fuß eingerastet werden. Jetzt kommen wir natürlich zum Wesentlichen. Was kann man denn ziehen mit dem ID.7 GTX Tourer? Und das sind aktuell nur 1.400 Kilo bei 8% Steigerung wohlgemerkt. Das klingt erst einmal gar nicht viel. Ja, ist aber den Volkswagen-Entwicklern durchaus bewusst. Das wird allerdings versucht zu verändern. Und man möchte den MEB dahingehend auf so ungefähr 1.800 Kilo mal versuchen aufzulasten. Wann das allerdings der Fall sein wird, das werden wir erst zu einem späteren Zeitpunkt vermutlich erleben. Die Stützlast übrigens, die liegt bei 75 Kilo. Das ist auch eher durchschnittlich. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja weniger Durchschnitt bei der Ladeleistung zu vermelden. Und die schauen wir uns jetzt an. Könnt ihr die normalen ID.7 Modelle mit bis zu 175 kW laden? Kann der GTX dank der größeren Batterie, die hier im Fahrzeugboden installiert ist, nämlich stets 86 kWh netto nutzbar, jetzt mit maximal 200 kW seinen Akku füllen lassen. Das wird hinten rechts getan mit einer nach oben öffnenden Ladeklappe. 11 kW ist der Standard-Lader AC und DC-Lader sind eben dann wie gesagt 200 kW Peak-Leistung. Aktuell liegen uns die Daten noch nicht vor, wie lang er dann wirklich für 10 auf 80 Prozent benötigt. Aber es sollen deutlich unter 30 Minuten sein. 28 Minuten schafft der ID.7 Tourer mit der 77 kWh Batterie. Ich vermute mal, dass wir so auch bei 28 bis 25 Minuten am Ende rauskommen werden. Kommen wir aber zu dem anderen Thema. Was ist denn noch so rausgekommen? Und das ist unter anderem auch ein Mitbewerber, der sich da schon abzeichnet. Auch wenn man ihn vielleicht bei Volkswagen gar nicht so als Wettbewerber sehen möchte, muss man ihn mittlerweile allerdings als solchen betrachten. Und das ist der BMW i5 Touring eDrive 40. Der hat so ziemlich die identischen Daten zum ID.7 GTX Tourer. Schauen wir mal, was hat der BMW denn zu bieten. Er ist 5,6 Meter lang, also 10 Zentimeter länger. Hat einen ähnlichen Radstand, 2,99 Meter. Bietet 570 Liter Kofferraumvolumen bis 1700 Liter. Auch hier, ihr erinnert euch, da ist der ID.7 Tourer ähnlich aufgestellt. Die Leistung, BMW bietet nur einen Hinterradantrieb mit einer E-Maschine. Die leistet 400 Newtonmeter oder 250 kW, also 10 kW mehr als der ID.7. Die Batterie hat knapp 82 Kilowattstunden, nutzbare Kapazität und mit 205 kW kann maximal im Peak geladen werden. BMW gibt an 30 Minuten für 10 auf 80 Prozent. Ihr merkt schon, irgendwo scheint der BMW i5 Touring da doch irgendwo so rein zu passen. Was das dann bedeutet, das werden wir natürlich am Ende auch nochmal checken. Aber jetzt geht es ja um den Volkswagen und da gehen wir jetzt erst einmal in den Innenraum hinein. Ich habe für euch schon mal im Fond Platz genommen, das ID.7 GTX Tourer. Und als erstes auffällt, mit meinen 178 sitze ich hinter meinem imaginären, ich hervorragend, was die Kniefreiheit alleine schon angeht. Ich kann die Füße wunderbar sogar ein bisschen ausstrecken und unter den Fahrersitz schieben. Das ist dann schon eine sehr, sehr angenehme Sitzposition, die man hier hat. Die Rücksitzbank ist auch eher zu einem Viersitzer ausgeformt, denn die äußeren Sitzplätze haben dann wirklich schon so eine Integrierung hier in das Fahrzeug zu bieten. Das ist so sitzähnlich. Man hat hier auch echte Sitzwangen an der Seite, also gut integriert. Wie jetzt allerdings Kindersitze hier mit dem Isofix-Haken untergebracht werden, aufgrund der Platte, die hier normalerweise reinkommt. Das muss man mal schauen, ob das dann auch von der Breite entsprechend gut geht. Das müsste man in einem Praxistest einmal prüfen. Nichts zu bemängeln gibt es bei der Kopffreiheit. Wir haben jetzt hier auch kein optionales Glas-Panorama-Dach drinnen, das ja als Besonderheit sogar noch eine Dimm-Funktion bietet. Also das ist dann, da wird dann ein bisschen, die Kristalle werden dann irgendwo angesprochen mit Strom und dann wird es tatsächlich abgedimmt, ohne dass man eben so einen Sonnenshade quasi hier installieren muss. Eine Drei-Zonen-Klima-Automatik ist ebenfalls serienmäßig, stets im ID.7 GTX Tourer. Zwei USB-C-Anschlüsse, zudem auch genügend Ablagemöglichkeiten, sowohl in den Sitztaschen vorne als auch in der Türverkleidung. Und wenn wir uns die anschauen, dann sehen wir nämlich auch schon die Materialien, die hier drinnen sind. Nicht nur das übliche rote Kontrast-Stitching, was für die GTX-Modelle stets als Erkennungsmerkmal dient, sondern eben auch eine hervorragende Materialqualität. Die ist auch vorne zu erwarten und deswegen gehen wir jetzt mal in Reihe 1. Vorne sitzt es sich auf eigens für den GTX befindliche Sportsitze. Wir sehen jetzt hier auch das Stitching GTX in dieses Art Velour eingelassen und wir haben jetzt hier auch die serienmäßigen Stoffsitze drinnen. Optional gibt es dann noch eine Kunstleder-Mikrofaser-Stoffbezug und dann gibt es auch sogenannte Komfortsitze, die dann als Ergo-Active-Sitze gekennzeichnet sind, orthopädisch ausgeformt und zusätzlich auch eine erweiterte Massagefunktion bieten mit verschiedenen Massagesystemen. Und zudem gibt es dann auch eine ausziehbare Schenkelauflage, die gibt es jetzt hier nicht. Dennoch sitze ich persönlich hier in diesen Sitzen unheimlich bequem. Ich sitze gut drinnen, habe genug Seitenhalt und eben auch von der Sitzfläche. Die könnte in der Tat etwas länger sein und das trotz meiner etwas eher kürzeren Beine. Der Fahrer blickt dann auf sein Drei-Speichen-Lederlenkrad, wohlgemerkt in Kunstleder ausgeformt. Wir haben hier eine spezielle GTX-Spange untergebracht. Schade finde ich persönlich, dass wir immer noch die touchsensiblen Flächen am Multifunktionslenkrad haben, da man da dann doch immer mal wieder vielleicht versehentlich drüber kommt und dann eine falsche Bedienung ansteuert. Bedienung ist auch die richtige Überleitung hier zu den Lenkstockhebeln, denn der Wielhebel für das Eingang-Reduktionsgetriebe, der ist an einem separaten Lenkstockhebel hinter dem Lenkrad untergebracht. Und da haben wir auf der linken Seite einen Kombi-Lenkstockhebel für Bedienung der Wischer und des Blinkers. Visuell hat der Fahrer hier die Möglichkeit, Informationen entweder über dieses kleine Kombi-Instrumenten-Display abzurufen, wo alle notwendigen Informationen untergebracht sind, unter anderem Geschwindigkeit, der Außentemperatur oder aber eben der Akkufüllstand. Weitere Informationen können dann auch direkt in die Windschutzscheibe hinein projiziert werden mit einem Augmented Reality Display. Das heißt, es gibt 3D-Elemente, die quasi auf einen zufliegen können und einen so ein bisschen bei der Navigation unterstützen sollen und das Ganze visuell besser darstellen sollen, wo es denn hingeht. Weitere Informationen können dann digital hier über das 15 Zoll große Display abgerufen werden. Das hat auch eine neue Bedienstruktur bekommen für Volkswagen. Wir kennen die großen Kacheln hier in der Mitte. Die sind individuell anpassbar und auch durch ihre Größe stets sicher während der Fahrt ohne Ablenkung zu bedienen. Zusätzlich gibt es jetzt hier noch Direktwahl-Tasten, die waren früher direkt hier unten untergebracht. Die hat man jetzt auch ins Display integrieren können aufgrund der Größe natürlich. Wir haben also die Möglichkeit zum Beispiel hier direkt auf Fahrzeuginformationen oder Assistenzsysteme oder eben die Fahrmodi zugreifen zu können. Der Traction-Mode übrigens, wenn wir den schon sehen, der ist explizit natürlich nur für die Allrad-Version, also den GTX erhältlich. Zudem können wir natürlich über die Individual-Einstellungen das serienmäßige DCC einstellen. Bedeutet, wir können hier die Fahrmodi uns so anpassen, die Dämpfer oder ähnliches, wie wir es denn haargenau haben wollen. Das ist angenehm und sorgt halt dann auch dafür, dass hier jeder nochmal so ein bisschen eine gewisse Individualität für sich abspeichern kann. Klimainformationen sind hier am unteren Rand untergebracht und eben zusätzlich hier über den Slider, der jetzt endlich beleuchtet ist. Man hat also die Möglichkeit hier die Temperatur entsprechend zu regeln, die Lautstärke des Audiosystems zu regulieren oder das Ganze auszuschalten. Aber man hat auch die Möglichkeit hier Tasten individuell zu belegen, wie wir sehen. Ich kann also hier mir das Fresh Air hinlegen oder das Hands Warm Programm ablegen. Also direkt Wahlmöglichkeiten gibt es auch. Die Sitzheizung ist dreistufig einstellbar und optional, wie gesagt, gibt es eine Belüftung der Sitze und eben auch eine erweiterte Massagefunktion. Wenn man dann eben die Ergo Active Sitze ordert, dann ist auch die Möglichkeit gegeben und es gibt neu auch eine sogenannte Wellness App. Wir haben dann auch noch die Möglichkeit, uns hier ein Wellness Programm aufzurufen. Da ist die Möglichkeit eben, und so sagen die Entwickler, dass man dann eben die Möglichkeit hätte, den Fahrer hier noch so ein bisschen zu unterstützen in seiner Stimmungslage. Das bedeutet also, bin ich noch nicht ganz fresh, dann kann ich mich hier abfreschen lassen oder aber ich kann mich etwas beruhigen lassen, wenn der Tag stressig war oder ich mich gerade über den Vordermann extrem geärgert habe. Und es gibt noch eine sogenannte Power Break von 20 Minuten. Das ist natürlich speziell auf Ladestops ausgerichtet, in der man dann vielleicht eben ein Power Nap an der Ladesäule machen kann. Power Nap soll es hier aber nicht geben. Heute wird weiter gepowert und deswegen gibt es jetzt natürlich noch alle anderen Informationen, Preisinformationen und vielleicht noch ein paar Dinge, die vielleicht den Wettbewerb betreffen. Ihr werdet natürlich jetzt wissen wollen, was so ein ID.7 GTX Tourer kostet, muss ich euch aktuell leider enttäuschen, denn die Information liegt mir zum Zeitpunkt des Drehs dieses Videos noch nicht vor. Aber lass uns mal ein bisschen spekulieren. Knapp 57.000 Euro ist der Einstiegspreis. Leicht teurer wird der Kombi gegenüber der Limousine. Wir bekommen hier zwei Elektromaschinen. Wir bekommen sozusagen den Allradantrieb, den uns dann Volkswagen dadurch verkauft. Dann haben wir natürlich die deutlich gesteigerte Leistung auf eben 240 kW. Wir haben eine größere Batterie, 86 Kilowattstunden. Wir haben bessere Ausstattung, unter anderem schwarze Elemente, Sportsitze und das IQ Light Matrix LED Licht. Wir haben adaptive Dämpfer verbaut. Also all das möchte man natürlich sich auch bezahlen lassen. Somit vermute ich mal, dass wir irgendwo bei knapp unter 70.000 Euro am Ende rauskommen werden als Einstiegspreis. Dann kann man das Ganze natürlich noch ein bisschen nach oben eskalieren. Und dann wird das Auto dann sicherlich eben die 80.000 Euro Marke vielleicht so gerade verfehlen. Klingt viel, oder? Beim Passat übrigens, wenn wir mal so intern schauen, da geht es bei 53.000 Euro und ein paar Zerquetschen los als Airline mit 150 PS Diesel. Ohne Allradantrieb und dann kann man das auch noch weiter nach oben eskalieren und landet dann auch mal bei 64.000, 65.000 Euro. Hat aber eben dann nur 150 PS, hat keinen Allrad und eben immer noch einen Verbrenner. Wenn man es denn möchte. Aber was kostet eigentlich der BMW i5 Touring? Der kostet 72.200 Euro in der Basis. BMW, bekannt dafür, eher knausrig zu sein, was das Thema Serienausstattung angeht. Und wenn man da mal den Konfigurator so ein bisschen anwirft und dann eben so Sachen reinkonfiguriert, wie Augmented Reality Head-Up Display, Live Cockpit, Adaptiv-Dämpfer-Systeme, das M-Sport-Paket noch mit reintut oder ähnliches, dann verschwindet diese 7 ganz, ganz schnell da vorne und es wird eine 9. Also über 90.000 Euro verlangt dann BMW für seinen i5 Touring E-Drive 40. Ich glaube also so gut 10.000 Euro werden die beiden dann am Ende trennen. Jetzt dürft ihr mir allerdings schreiben, ist das der Premium-Aufschlag, den BMW verlangen darf? Oder ist der Volkswagen für euch eher zu teuer? Schreibt es mir mal unten in die Kommentare, schreibt mir eure Meinung zum ID.7 GTX Tourer. Ich bin gespannt, was ihr schreibt, lasst uns diskutieren. Vergesst aber nicht dem Kanal hier ein Abo zu schenken und ein Like. Ich bedanke mich bei Daniel hinter der Kamera, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage Tschüss und Servus, euer Ubi. Ich bedanke mich bei Daniel hinter der Kamera, wünsche euch noch ein Abo zu schenken und ein Abo zu schenken.